Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es mal um ein etwas anderes Thema. Und zwar um das Thema Scambator. Es wurde sich das ein oder andere Mal unter den Videos in den Kommentaren gewünscht, dass ich hierzu mal ein Aufklärungsvideo mache, wie die Arbeit eines Scambators denn so ist. Vom Prinzip her ist diese Arbeit ziemlich einfach. Man sucht sich Plattformen im Internet raus, die nicht besonders seriös sind und hier gibt man dann seine Daten ein. Im besten Fall natürlich nicht seine eigenen Daten, sondern irgendwelche ausgedachten Datensätze und auch Telefonnummern, die nicht unbedingt auf den eigenen privaten Haushalt zurückzuführen sind. Das heißt im Idealfall Online-Telefonnummern. Außerdem sollte ein Scambator einen VPN besitzen. Also einen virtuellen Tunnel, worüber man ins Internet geht und nicht mehr die eigene IP-Adresse angezeigt wird. Ein VPN kann man sich vorstellen wie zwei verschiedene Häuser. In dem einen wohnt ihr, in dem anderen, das gehört euch quasi gemietet, aber da habt ihr einfach nur einen Server stehen, der ins Internet geht. Ihr geht also von eurem Wohnhaus ins Internet über das Internet des zweiten Hauses, das euch gehört. Und auf der Webseite, auf der ihr landet, wird dann die IP-Adresse von eurem zweiten Haus angezeigt und nicht mehr von eurem Wohnhaus. So kann man seine IP-Adresse so legal wie möglich im Internet verschleiern und gerade für Betrüger eben ja unübersichtlich machen, wo denn nun die Gegenpartei herkommt. Das Problem als Scambator ist teilweise, dass die Betrüger in den Call-Centern natürlich keinen Bock auf uns haben. Denn einerseits kosten wir denen Geld und andererseits verursachen wir dort bei den Betrügern erheblichen Schaden. Genau das ist ja auch das Ziel eines Scambators. Eben andere Menschen vor denen schützen, damit die bösen Leute halt letztendlich ja nicht die anderen restlichen guten Leute angreifen können und jede Menge Zeit verplempert wird. Außerdem wird das Geschäft des illegalen Betrügers dadurch auch ziemlich unlukrativ, da ständig immer wieder ein Scambator in der Leitung sitzt. Und nun ist es so, dass die Scambator derzeit aus dem Boden sprießen wie Pilze. Wir haben zwar gerade aktuell nicht Herbst, aber naja. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir so viele Scambator mittlerweile sind. Das Problem ist, die allermeisten machen sich keine Gedanken über, naja, ihre eigene Sicherheit. Das Problem, das man als Scambator hat, ist, dass man anonym bleiben sollte, müsste und naja. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass die Betrüger nicht unbedingt die persönlichen, also die wirklichen privaten Daten von euch herausbekommen. Dazu zählen Name ganz klar, die Anschrift logischerweise und die Telefonnummer, naja, gut, die landet letztendlich immer bei euch, aber man kann über eine Telefonnummer niemals zurückverfolgen, wo der Anruf eigentlich genau herkommt oder hingeht. Denn so eine Telefonnummer, die kann man ja auch weiterleiten. Tja, und so ist man zumindest erstmal möglichst geschützt. Was viele Scambator dabei vergessen, ist, naja, einen VPN zu benutzen, dass man eben nicht mit der eindeutigen IP-Adresse von seinem Anschluss zu Hause im Internet unterwegs ist. Darüber können Werbefirmen zum Beispiel euch die passende Werbung anzeigen. Habt ihr mit eurem Handy vorher, keine Ahnung, nach Staubsaugern gesucht und habt beispielsweise die Marke, mittlerweile sind sie ja weiß, aber mit dem grünen Logo gefunden und wollte da einen Staubsauger vielleicht kaufen und habt dann den Einkauf, warum auch immer, abgebrochen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ihr die nächsten Tage auf eurem Computer von genau diesem Unternehmen Werbung bekommt. Wie ist das möglich? Tja, ganz einfach, über eure IP-Adresse. Zum Teil. Unter anderem auch Cookies, die auf euren Geräten gesetzt werden. Also kleine Speicherpunkte, die euch eindeutig identifizieren, dass ihr ihr seid. Hat Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile. Dadurch ist man nicht mehr anonym im Internet unterwegs, da die Firmen ganz genau wissen, was der Mensch eigentlich genau so sucht und was der Mensch so mag. Und genau das bekommt er in der Werbung auch angezeigt. Sowas können sich dann allerdings auch Betrüger zunutze machen und versuchen, in euer System zu Hause direkt einzubrechen, wenn sie eure direkte IP-Adresse haben. Haben die Betrüger nur einen VPN? Na ja, dann versuchen sie vergeblich auf einem Server einzubrechen, der, na ja, unwahrscheinlich geschützt ist. Da gibt es viele verschiedene Anbieter im Internet, die euch VPNs bereitstellen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man sich hier mit einem VPN schützen kann. Zum einen kann man auf seinen Mobilgeräten oder auch auf dem PC eine App oder ein Programm installieren, worüber man dann ins Internet geht. Und man muss sich das vorstellen, stellt euch einfach mal ein Kabel vor und man würde durch dieses Kabel, was logisch nicht möglich ist, aber stellt euch, oder noch besser, stellt euch eine Wasserleitung vor. Die Wasserleitung ist nun unser Kabel. Wir gehen mit der Wasserleitung von zu Hause direkt ins Internet. Direkt bis auf die Webseite von dem Betreiber. Natürlich über viele Umwege, das ist klar. Allerdings wird euer Wasseranschluss von zu Hause direkt angezeigt. Nun nehmt ihr euch noch einen kleinen Strohhalm. Und diesen legt ihr in das Wasserrohr. Ihr geht nun über den Strohhalm ins Internet. Der Strohhalm ist mit Servern verbunden, die eure IP-Adresse verschleiern und einfach die IP-Adresse des Server anzeigen. Und der Server geht dann für euch über diesen Strohhalm zurück zu euch nach Hause und von dem Strohhalm aus, wo der Server steht, der geht dann mit seiner IP-Adresse über die direkte Wasserleitung auf die Webseite. Das bedeutet, ihr geht über einen geschützten Weg ins Internet. Natürlich schützt euch das nicht vor Viren. Wenn ihr die Viren und Malware und Schadsoftware runterladet, kann man euch immer noch zurückverfolgen und auch eure eindeutige IP-Adresse darüber hinaus oder darüber herausfinden. Allerdings ist das hier schon ein großer Schritt, sich möglichst sicher im Internet zu bewegen. Und dann gibt es noch VPN-Anbieter, also die Wasserleitung, wo ihr einen Strohhalm durchschiebt und in diesem Strohhalm nochmal einen kleineren Strohhalm reinpackt. Das heißt dann Double VPN. Das heißt, ihr verbindet euch über die Wasserleitung durch zwei Strohhalme mit dem ersten Server, durch einen weiteren Strohhalm, also dann nicht mehr zwei, mit einem zweiten Server und der geht dann über die Hauptwasserleitung ins Internet. So kann man sich das an etwa vorstellen. Es gibt auch die Variante, dass man das, wenn man professionelle Technik zu Hause einsetzt oder eher in Firmen, dass man kein Telekom, kein Vodafone, kein O2-Router zu Hause hat, sondern dass man einen eigenen Router zu Hause hat. Und hier kann man dann diese VPN-Schlüssel direkt eingeben. Das heißt, automatisch sind alle Geräte, wenn man das richtig konfiguriert, direkt mit diesem Strohhalm in der Wasserleitung verbunden. Ohne, dass ich dafür noch Software auf dem Rechner laufen lassen muss oder auf dem Handy. Hier muss man allerdings wieder bedenken, gehe ich mit dem Handy ins normale Mobilfunknetz? Macht es wieder Sinn, dann eine App zu benutzen? Zu Hause im heimischen WLAN, wenn der Router dementsprechend konfiguriert ist, kann dieser sich ja direkt mit dem VPN verbinden. Darüber sollten auf jeden Fall viele von den Scambaitern einmal nachdenken, um sich selbst möglichst zu schützen. Denn letztendlich legen wir uns hier mit Leuten an, die keinen Bock auf uns haben. Und niemand von uns weiß so richtig genau, wie groß die Strukturen der Betrüger im Hintergrund sind. Wir arbeiten hier mit Kriminellen. Vielleicht auch mit der Mafia, wer weiß es schon. Letztendlich stelle ich ja immer wieder Vermutungen in meinen Videos auf. Das heißt, ich stelle zum Beispiel die Vermutung auf, dass ein und das gleiche Callcenter, ihr stellt euch ein Callcenter als ein Büro vor, da sitzen 100 Mitarbeiter und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. 10 Mitarbeiter telefonieren für das eine Callcenter, 10 für das andere oder für verschiedene Webseiten. Die sitzen aber alle in einem Raum. Dann kann es allerdings auch sein, dass die 100 Mitarbeiter, die beispielsweise in dem Raum sind, alle für verschiedene Projekte telefonieren. Das heißt, in eurem Telefondisplay steht einfach nur drin, für welche Firma ihr euch meldet. Tja, und so einfach ist es letztendlich für die Kriminellen, ja, viele, viele, viele Webseiten abzudecken, obwohl das alles die gleichen Mitarbeiter sind. Oftmals haben wir hier in den Videos auch festgestellt, dass, naja, viele von den Betrügern mit der gleichen Stimme komischerweise einen anderen Namen haben und spricht man die dann mit dem alten Namen an, legen sie direkt ganz schnell auf oder fangen sogar an zu diskutieren. Ich glaube, der Telefonveräppeler hatte bereits ein Video, wo der Mitarbeiter mehr oder weniger zugegeben hat, dass es nur ein Fake-Name ist und ihr jetzt einen anderen Namen benutzt. Die Hintergründe habe ich jetzt nicht direkt im Kopf. Allerdings wollte ich hierzu mal einfach mal ein kleines Infovideo machen, worauf man so als Scambeta eben achten soll. Ganz wichtig, nicht mit seiner eigenen IP-Adresse ins Internet gehen und nicht unbedingt persönliche Daten angeben. Und man sollte immer im Hinterkopf behalten, ihr registriert euch da letztendlich in irgendwelche Datenbanken, die weiterverkauft werden. Das heißt, die Anrufe, die werden definitiv auch noch jahrelang weiter erfolgen, auch wenn zwischendurch mal eine kleine Durststrecke kommt und gerade keiner anruft. Man kennt es ja auch von Privatanschlüssen, wo man ab und zu mal regelmäßig angerufen wird, dann ist mal wieder ein halbes Jahr Ruhe und dann melden sich auf einmal wieder ganz viele komische Umfragen, Betrüger und was es da so alles gibt auf dem Markt. Sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, was man so im Internet tut. Sollte hier nur ein kleiner Denkanstoß sein, auf keinen Fall möchte ich irgendjemandem damit sagen, dass er damit aufhören soll. Ich möchte nur damit sagen, dass jeder über seine eigene Sicherheit möglichst viel nachdenken sollte. Der einfachste und kostengünstigste Weg ist hier der Tor-Browser. Der Tor-Browser ist ja eigentlich berüchtigt dafür, dass man darüber ins Darknet geht. Kann man tun, das ist richtig. Man kann mit dem Tor-Browser allerdings auch das ganz normale ClearNet, also das ganz normale Internet, aufrufen. Und hierbei geht man allerdings schon über einen VPN, über verschiedene Knotenpunkte, über fremde Rechner. Das heißt, man bekommt, es gibt auch Server-Knotenpunkte, also es ist ganz, ganz, ganz groß, das Netzwerk. Ich will nicht zu tief einsteigen, ich bin auch nicht so toll im Erklären von den Details. Unterm Strich ist aber wichtig, man sollte einen Tor-Browser nehmen. Man kann trotzdem noch einen VPN nehmen, dann ist man nochmal sicherer. Und wenn man trotzdem noch einen Double-VPN nimmt, dann ist man quasi dreimal abgesichert, was die IP-Adresse angeht. Dieses Konstrukt benutze ich in den meisten Fällen bei den Betrügern. Das heißt, ich nehme den Tor-Browser, der an sich ja schon ein kleiner VPN ist, der über viele verschiedene Schnittstellen geht, bevor er denn überhaupt ins Internet auf die direkte Webseite abspringt. Und wenn man hier nochmal zusätzliche VPN-Tunnel einrichtet, also so ein Double-VPN zum Beispiel, dann wäre man hier dreimal abgesichert. Das bedeutet aber nicht, dass man unsichtbar ist. Unsichtbar ist man erst dann, wenn man über diesen VPN nicht auch noch sein privates Facebook-Profil besucht. Denn, naja, alle Anonymität ist ja gut und schön. Nur wenn ich dann die alten Gewohnheiten weiterlebe und weiterlebe und weiter auf Google exakt die gleichen Suchbegriffe eingebe, dann weiß zumindest wenigstens Google und Facebook zum Beispiel, dass ich ich bin. Nur, dass ich jetzt eben über ein VPN komme. Und das merken die sich auch sogar gerne. Denn heute, in der heutigen Zeit, wird alles über euch gespeichert. Jeder von euch ist im Internet zu finden, auch wenn er gar nicht im Internet vertreten ist. Absolut ausnahmslos jeder. Es gibt keinen Menschen, auf jeden Fall nicht in Europa, der im Internet komplett spurlos verschwunden ist. Das heißt nicht, dass man bei Google auffindbar sein muss. Aber Google kennt euch. Und die Betrüger wissen auch, wie man solche nachvollziehbaren Methoden anwenden kann, um Menschen zu finden. Und es gab da mal eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Ich hab's nur mal so am Rand gehört und gelesen und mich mit jemandem unterhalten. Es gab wohl aber schon einen Scambator, wo das Auto gebrannt hat. Lässt sich nur mutmaßen, ob das jetzt mit dem Thema YouTube in Verbindung steht. Und wenn ein Scammer da irgendwelche Kontakte hat sprengen lassen, weiß man alles nicht. Von daher sage ich auch nicht immer umsonst, die Welt ist böse, passt auf euch auf. Das meine ich ernst. Das natürlich ist nicht die ganze Welt böse. Das ist klar. Es gibt auch nette Menschen. Davon brauchen wir allerdings in der heutigen Zeit leider sehr, sehr viele. Denn die Welt, die ist schon böse. Im übertragenen Sinne. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, wie ich's meine. Und ihr wisst auch, dass ich, genauso wie die anderen Scambater hier, ein privater Dude bin, der, naja, nur sein eigenes Wissen irgendwie vermitteln kann. Ich bin keine professionelle Scambating-Person, die einen Riesenkonzern hinter sich stehen hat und unerschöpfliche finanzielle Mittel, um, naja, den Betrug im Internet und am Telefon irgendwie einzudämmen. Ich kann letztendlich auch nur versuchen, das Ganze ein kleines bisschen besser zu machen. Und hier kommt es natürlich auch auf die Mängel der Scambater an. Das ist ganz klar. Allerdings immer mit dem Hinweis, passt auf euch auf. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Video ein kleines bisschen wieder weiter aufklären konnte und dass, ja, gerade die Scambater unter euch wirklich auf sich aufpassen. Denn das ist kein spaßiges Thema, auch wenn wir es hier spaßig verkaufen und Unterhaltung mit reinbringen. Ja, aber so ist halt die Menschheit auch gestrickt, trockene, einfache, tja, Informationen, hinkotzen, wer schaut sich sowas an. Und von daher macht man hier eben zum Beispiel Hörspiele draus, nette Unterhaltungen, witzige Videos und versucht so den Menschen, das letztendlich auch zu zeigen, was da so krass ist, passiert am Telefon. Tja, aber man muss, wie gesagt, aufpassen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Passt auf euch wirklich auf. Tja, und ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch hiermit ein kleines bisschen weiterhelfen konnte. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich dachte mir, ich mache heute einfach mal ein Video komplett ohne zu schneiden und rede einfach mal so frei heraus. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.